So. So, 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 ja, so. Töte neun Gegner mit Nahkampfangriffen. Am besten richte sie alle hin. Da kam keine Werbung? Okay. Ne, das kommt nicht bei allen. Bei manchen wird das nicht ausgespielt. Das hat immer was mit den Abo-Geschichten auch zu tun. Die Hinweise der Prognostikarien führen hierher zur Hülle dieser verlassenen Bergfestung. Ach, das ist so ne dämliche Steuermission. Ich hab da wieder nicht drauf geachtet vorher. So wie ich das richtig sehe, sollte ich rechts lang gehen über den Blütenwuchs. Ja. 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 Warum hast du ihn umlaufen? Naja. Ja. 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 9 Gegner im Nahkampf töten könnte vielleicht doch schwierig werden. 10 Gegner im Nahkampf töten könnte. Er will seine Verbündeten angreifen. Das habe ich bei dem noch nie gemacht. Das macht uns ein bisschen Sorge, dass er dann trotzdem random mich angreift. Hoffentlich laufen die jetzt nicht in mein Sichtfeld. Das war's. Das war's. Ich möchte an der Stelle kurz erwähnen, dass man auf Instant Gaming zur Zeit schon Sniper Elite 5 vorbestellen kann. Dann könnt ihr einfach meinen Partner Link nehmen. Und es ist auch das Age of Empires 3 Addon, was jetzt kommt. Auch schon zur Vorbestellung freigegeben. Unterstützt diesen Kanal, unterstützt das Imperium. Wollen sie mehr erfahren? Okay. Klick. Das ist die Gefahr, dass er einen Crit macht. Und ich will ja keinen Crit. Ich will ja im Nahkampf töten. Sniper Elite 5 war das 26. oder 27. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Müsste es so nachgucken. Es ist auf jeden Fall noch im Mai. Ich glaube es ist 5 Tage von heute. Der ist ja 26. 20. Tut mir leid kleiner Mann da unten. Hmm. Achterlich. Achterlich. Was ist dein Will? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Automatisch nachgeladen, ich hab's gehört So, jetzt schön vorsichtig hier Wenn dessen kann der Shad wieder Serienempfehlungen machen Ich brauch nämlich ne neue Serie für mich und meinen Vater, ah ne stimmt gar nicht, ist schon okay Es kommt ja jetzt eh erstmal Star Wars Obi-Wan Damit sind wir erstmal da Dann haben wir erstmal wieder ne Serie, wo wir jede Woche reingucken können Ich bin ja kein Disney Plus Die Discounter auf Prime hab ich geguckt Fand ich, äh, sehr typisch deutsch, muss ich leider sagen Also hat so seine Momente, aber ich find Superstore besser Also gesehen, was sie ja Konzepttechnisch so ein bisschen kopiert haben Obwohl Superstore ne schwache erste Staffel hat Zweites auch noch so, aber dann wird's halt besser Mit der Zeit Also ich will jetzt nicht die Discounter sagen, dass es schlecht ist Ist für deutsche Verhältnisse Ne ganz nette Serie Weil es halt mal ein bisschen anders ist So, warum hab ich keine Moves zurückbekommen Ich hab doch gerade Gegner aufgedeckt Irgendwelche Kacke hier Aber es ist nicht in Regionen wie Tatortreiniger oder sowas Das ist nicht in Regionen wie Tatortreiniger Aldor Ah, Scheiße. Ich geh schon mal vor. Aber ich hab in letzter Zeit kaum Bock gehabt, eine neue Serie anzufangen. Man wartet eher auf die Serien, die man schon angefangen hat zu gucken. Chicago Fire und Chicago PD, das hatte sich schon mal jemand empfohlen. No, das hab ich nicht gesehen, Dragon. Das sagt mir auch nichts. Die sind schon alt, kam mal auf Box. Wenn das mal im Fernsehen kam, hat mein Vater das schon gesehen. Ach, der hat sich da wirklich so in den Weg gestellt, dass ich da nicht hinkomme. Außer ich kassier'n Hit. Ich dachte, du hast mal gesagt, dass du die erste Staffel hast. Ich muss gucken, that time I got reincarnated. Kann sein, dass ich das, äh, gesehen habe. Ich weiß es jetzt aber nicht. So, Auto-Nachladen war dabei und es war ein Crit. Habt ihr gerade die Brücke kaputt gemacht? Also es kann sein, wie gesagt, dass ich das gesehen habe. Aber wie bei allen Anime-Sachen vergesse ich den Titel danach, nachdem ich das gesehen habe. Na ja, da kriegt jetzt der eine an der Seite was ab, oder? Oder auch nicht. Ja, da kriegt jetzt die Brücke kaputt gemacht. Ich dachte, ich könnte ihm da eine Rüstung durchschlagen. Per Auswahl. Das müssen wir so machen. Ich brauche den Nachkampf-Kill. Overlord habe ich schon gesehen. Mein Vater auch. Also bald Staffel 4 Overlord bringen wir ja nicht diesen Sonntag. Lass mal bitte erstmal hier stehen. Sonst wäre der eine Reichweite gewesen, für dieses verseucht sein. Das wollen natürlich jetzt nicht. Gut. Gut. Das geilt als, glaube ich, Nahkampf-Kill. Okay. 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 Und nochmal. Okay. Okay. Die Angelegenheit ist verletzend. Stopp. Wir kriegen Besuch. Ihr Service. Moving out. Your orders here are standing ready. Yes, come on. Ja komm, versuch dein Glück. Machs direkt einen schönen Crit. Weg damit. Eigentlich hab ich gar keine Zeit für die. Wir sind die Schmerzen der Justiz. In vier Runden müssen wir das Blütending zerstören. Jetzt fünf Runden. Traumhaft. Was ist Ihr will? Yes, Commander. Was ist der Schmerzen? Sie werden nicht zerstören. Sie werden schmerzen. Ich muss die Schmerzen für meine Runde. es hätte schon ein paar mehr gegner typen geben sollen also kann auch sein es kommen ja definitiv noch andere aber so ein bisschen abwechslung oben kannst du noch eine runde extra ergattern du meinst ich kann noch eine runde extra haben für also hier sind einige diese noch zwei die ich nutzen könnte dafür da ist auch noch einer da kommen noch einige gegner typen gut da Strive! As you command. Behold the gates of Nurgle. Tremont. They won't know. I sense the enemy converting. Prepare to engage. Unleash me. Unleash me. Unleash me. Guten Abend, Quentin. Ich grüße dich. Fokus, Fire! I am his will. Blessed ammunition depleted. Don't come on. Enemy down. Who destroyed, Commander? Hm. Your orders. What is your will? I am with you. The angel. Who is your commander? Your orders? Who is your commander? Na toll, die haben beide nur noch 1 AP übrig. Hm, 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 hm. Who is your commander? Thorak, ich grüße dich. Ich gucke sie mal ein bisschen rum da unten. Ja, es wird dir leider jetzt alles ein bisschen weh tun. Hm, da kommen gerade die anderen von oben, die ich zurückgelassen habe ein bisschen. Ach, und da kommt die andere Patrouille. Ein Traum. Öffne ich. Öffne ich. Öffne ich. Ich bin hier zu sein. Nee, noch nicht angreifen. Hm. Okay, gut. As you command. Was ist Ihr will? Ich muss den Overwatch rausholen. Scheiße! Scheiße! So, mach noch den Einschuss, da werden wir raus teleportiert. Habt ihr alles super gemacht. Mal sehen, wenn ich gutes WLAN im Hotel habe in den USA, weil ich einfach mal den Stream anmachen aus dem Hotel und sagen Hallo. Und ihr werdet nicht daran denken, dass 8 Stunden Zeitverschiebung sein werden in den USA, um euch alle zu nerven mit in der Nacht. Weißt du, was ich vergessen habe, dem anderen die Stufe 2 Granaten zu geben? So nehmen wir nur den Bolter, den Apothekarius vorhin. Ah ne, hab ich ja die Frag-Granaten 2 gegeben. Alles klar. Oder hat der es automatisch abgegradet? Ah ok, die werden automatisch abgegradet, dann hast du die Einser gar nicht mehr. Dann war ich das doch nicht, da hat mich das Spiel gerettet. Schaff nicht beide, also schaff nicht beide zu erreichen. Dann stell mich mal da hin. Danke fürs Folgen, Banana. Bananenasphalt. Vielen Dank. slowly iaubert. Vielen Dank.